Jetzt wird's spannend. Ist der Bug weg? Ja, nein, vielleicht? Für die Wissenschaft haben wir getestet, ob der Bug weg ist, wenn man in den Knast geht. Und? Ist er weg? Ist er weg? Ist er weg? Jetzt habe ich hier kein Schiff. Ist deine Mainbase eigentlich Hirsten, oder? Lobel. Lobel, aber auch nur... Ähm, weil Horizon so verbuggt ist. Es ist wirklich der Fall. Geil. What the fuck? Das sagt man ja gar nicht. Du kriegst den Bug echt weg, wenn du in den Knast gehst. Warte noch. Du hast jetzt dein Schiff rufen können, aber vielleicht ist es nicht da.